Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 17.02.2021 und wir haben definitiv die ein oder anderen etwas höhere Erwartungen gehabt, jetzt nach US-Feiertag, dass da ein bisschen mehr Leben in die Bude reinkommt. Das war eher zum in-der-nase-popeln hier, etwa mit gleicher Motivation dürfte wohl der ein oder andere vom Bildschirm geklebt haben und vielleicht doch gehofft haben, dass sich da noch das eine oder andere in die gewünschte Richtung bewegt. Dem war aber nicht so, der ist den ganzen Tag eigentlich so vor sich hin abgekleckert. Viel Bewegung hat er dabei nicht gemacht, eher sogar fast eine kleine Flagge, wenn man es jetzt mal so neutral ausspricht. Stecken auch noch hier vor, ja ne, sind schon ein bisschen über dieses Hoch geschnitten, aber es sieht jetzt zumindest noch nicht, also das war ja das letzte Hoch, das sieht jetzt nicht nach einem Konter von der Bewegung aus, sondern das sieht eher nach einem Korrekturmuster aus, so flach wie es zur Seite geht. Das heißt, er hätte hier jetzt natürlich noch mal gute Chancen zum Mittwoch sich nach oben raus zu versuchen, also ein kleines Aufwärtsgap und dann nochmal an den Trigger ran. Der Trigger bleibt dann nach wie vor gültig, irgendwann muss er da mal rüber. Solange er das nicht macht, gibt es natürlich hier keine neuen Signale, also auch nichts über das wir neu erzählen können, bleibt alles gleich. Ich würde auch weiterhin sagen, in dem Moment, wo er uns hier zu doll wegdriftet und dann können wir vielleicht hier die 89 mal ins Rennen rufen zum Mittwoch, dass wir vielleicht sagen, ja, also wenn er jetzt hier noch deutlicher wegdrückt, dann muss man auch langsam aufpassen, dann wird es zu viel. Bisher ist das, das ist jetzt, verstehe ich das nicht falsch, das ist jetzt nicht negativ, das ist jetzt kein, keine, keine übelst krass schwache Leistung. Er gleitet halt einfach ein bisschen zur Seite, ein bisschen abwärts sogar, weil er den Trigger oben noch nicht umlegt. Der hat er wieder dran rumgekratzt, aber ist halt nicht, ist halt einfach nicht durch halt. Und wenn er nicht durch ist, dann ist er nicht durch und kommen auch keine Anschlusskäufer, muss halt rüber. Macht immer wieder dieses Aufwärtsgap über die 14100 und wird immer wieder runtergetreten. Das war hier so, das war hier so, das war hier so, das war hier so. Das ist jetzt schon die Nummer 4 gewesen. Also irgendwann wird er das dann auch mal hinkriegen, über die 14100 zu gappen, ohne das Gap zuzumachen. Und dann rennt er bestimmt auch ein paar Meter. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber es muss dann halt auch kommen. Solange er immer wieder nur runtertritt, dann ist noch mal ein bisschen Kraft tanken, ein bisschen warten, bis die meisten ihre Longs dann schließen, weil es ihnen einfach zu lange dauert. Warten, bis vielleicht der eine oder andere sagt, oh, jetzt haue ich Short rein, der kippt mir jetzt weg. Na, und dann drückt er sich oft nach oben. Kommt aber ein bisschen drauf an, wie die Leute so draußen. Ich finde das immer sehr indikativ wertvoll, da ein bisschen zu gucken, was machen so die anderen halt. Wenn die jetzt alle aggressiv Long wären und hier übelst reinwuchten, weil sie sagen, ah, der kommt, der kommt, der kommt, ich glaube, der kommt noch, dann sieht man manchmal, dass er anfängt plötzlich nach unten zu beschleunigen halt, denn er wird unten raus immer schneller und schneller und schneller. In dem Moment, wo die Leute sagen, boah, das hat mir alles lang, oh, ich bin mir unsicher, ob ich hier noch Long halten soll und so. Das tun wir eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass er dann weiter nach oben muss und ich habe eigentlich eher so im Umfeld Letzteres wahrgenommen. Von daher würde ich jetzt hier sagen, erst mal noch nicht verrückt machen lassen. Wir haben ja immer wieder gesagt, die 14.000, 14.020, ne, das wäre so der Punkt, in dem es wieder kritisch wird. Der ist nicht gerissen. Wir haben jetzt gestern gesagt, dass vielleicht sogar schon bei 14.60, 14.50 die Bremse kommt. Guckt es euch an, was hat er gemacht. Hat halt auch in dem Bereich gebremst. Die ganze Zeit hier versucht, die 14.50 ein bisschen tiefer war, ja, aber hatte versucht, die 14.50 zu verteidigen und zu halten. Immer wieder auch versucht, die Schlusskurse ranzuziehen. Also da war schon ein bisschen Bemühung zu sehen, aber es war nicht viel Kaufinteresse da. So, und das kann aber durchaus zum Mittwoch jetzt schon wieder ganz anders aussehen. Müssen müssen wir im Hinterkopf behalten, dass wir Freitag Verfall haben. Kann auch durchaus sein, dass man hier ein gewisses Grundinteresse hat, den DAX einfach unter oder an der 14.000 zu halten. Vielleicht liegen da ein paar Optionen, die vielleicht nicht abrechnen sollen oder die tief abrechnen sollen, die höher abrechnen sollen, wie auch immer. Da muss man immer ein bisschen im Hinterkopf haben, dass da ein gewisses Interesse sein kann, den Markt zum Freitag an einem bestimmten Punkt zu halten. Wir sind davon ein bisschen abgegangen, uns diese Diagramme mal anzugucken, weil in der Regel die Leute das einfach falsch aufgegriffen haben, falsch angewendet haben, viel zu viel Überzeugung dann immer drauf bestanden haben, dass das dann kommen muss. Und dann war uns total verwundert, wenn der Markt dann davon weggelaufen ist. Ich habe das letzte Mal mir gedacht, komm, wir machen das nochmal, wir gucken nochmal in die Verfallstagsdiagramme rein. Ich glaube, es war im Dezember gewesen und der wurde direkt wieder eines Besseren belehrt. Zeig es den Leuten nicht, du tust damit kein Gefallen. Gleich am nächsten Tag, ganze Postbox wieder voll gehabt. Warum steigt denn der DAX? Oder, ja doch, ich glaube, es war es, steigt. Warum steigt denn der DAX? Der soll doch zum Verfall da und dahin. Wieso kann das denn sein? Und ach, ich verstehe das nicht. Und was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt mit meinen Chores? Was mache ich denn jetzt damit? Ja, und das war mir direkt wieder eine Leere. Also, wir gucken da jetzt nicht rein. Wir haben es einfach im Hinterkopf, dass wir, dass ein gewisser Zwang vorliegen kann, dass das auch bis Freitag anhalten kann. Das heißt natürlich, dass wir hier nicht allzu viele Erwartungen ranlegen sollten, dass wir vielleicht auch einfach ein bisschen entspannt daran gehen und uns nicht so verrückt machen. Wenn uns die Positionen zu groß sind, machen wir sie kleiner und gedulden uns hier noch einfach ein bisschen. Und irgendwann wird es schon loslaufen halt. Und rein von der Chartlage her wäre die Wahrscheinlichkeit momentan eher sogar noch auf der Oberseite zu sehen. Das ist einfach so. Ja. Müsst ihr jetzt hier unten die 14.000 brechen? Eher so sind reich um 13.89. Das wäre so für mich so ein kleiner Trigger, wo ich sagen würde, okay, dann bricht er einfach das Konstrukt auseinander, der Aufwärtsbewegung hier. Dann hätte er hier Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung. Es wäre dann quasi Doppeltop und dann würde wahrscheinlich ein Doppelboden folgen. Sprich, er hätte da nochmal Platz bis 8.20 runter. So, und das ab 89. Alles, was so unter 89, unterhalb passiert, für mich dann eher was Shortiges, solange wir oberhalb von 14.000 bleiben und einfach nur stabil auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau zur Seite schieben, ist für mich jetzt kein großer Panik. Das ist halt seitwärts halt. Das ist einfach so ein, das sieht man ja oft, das ist dann so ein Warten auf hohem Niveau. Von daher machen wir die Zeiteinheit hier erstmal zu. Wir können gerne in den Tagesschat mit reingucken, sehen zumindest, dass wir hier noch über dem Longtrigger liegen, sehen allerdings auch schon so ein bisschen dieses Rumgestautere, aber wir können zum Beispiel mal hier hingucken. Hier hat der DAX 1, 2, 3, 4 Tage hintereinander einen Aufwärtscap gebracht, immer wieder rot geschlossen, Aufwärtscap gebracht, rot geschlossen, Aufwärtscap gebracht, rot geschlossen. Das erinnert so ein bisschen an die Situation und er konnte sich am Ende dann trotzdem noch 1, 2, 3 Tage richtig oben rausstrecken. Also das ist halt auch kein Garantie, dass es da nicht einfach weitergehen kann. Es ist ähnlich wie hier so eine Bewegung, so eine Bewegung, das ist jetzt nicht groß, gravierend, schwach, außergewöhnlich. Schön ist es nicht, ohne Frage. Es nervt vielleicht auch, da bin ich voll bei euch. Es verunsichert, es irritiert und Geduld ist einfach nicht die Stärke von den meisten. Das ist Fakt. Es fällt vielen schwer, einfach Positionen geduldig liegen zu lassen und wegzugucken. Das ist etwas, was vielen schwerfällt, das verstehe ich durchaus. Aber technisch gesehen ist hier erstmal kein Grund zur Panik gegeben. Also wenn wir so eine roten Kerze hier kriegen, ist das schon was anderes. Da sollte man schon aufpassen und gucken, dass er nicht nach unten abhaut. Aber das hat er nach der Kerze auch nicht getan. Und die kamen aus der gleichen Lage raus. Also von daher, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir hier eine kleine Verkeilung, vielleicht ein steigendes Dreieck rein. Müssen wir ein bisschen den Blick behalten hier. Solange der über 14.000, über 13.89 bleibt, bleibt es auch für mich auf Tagesebene hier erstmal noch positiv auch mit der roten Tageskerze. Und interessanter wird es dann erst da runter. Und hier sehen wir sogar richtig interessant, wird es eigentlich erst, wenn das tief dann fällt, wenn er dann unter 13.8.30 fällt. Weil dann entsteht hier so Vakuumraum bis hier runter. Und dann ist er schnell auch wieder bei 13.6.50, 13.500 halt. Und das ist dann eine schöne, interessante Strecke. Ich glaube, hier oben braucht man auch nicht mehr draus machen, als das seltsame Ende halt. Es ist einfach ein kleiner Rangehandel. Es ist weitestgehend auch die Range vom Vortag einfach nochmal gewesen, in der er da rumgeschuchtelt hat. Einfach so ein bisschen und ein paar Punkte definitiv überrissen. Das war ein bisschen tiefer, aber ist halt auch ein bisschen tiefer reingekommen oben halt. Also wenn da einen Channel anlegt, ist das gar nicht so grob daneben. Von daher hier eher meine Vermutung. Nicht den Kopf verlieren, noch ein bisschen in Geduld üben. Und ich würde, die Chartlage ist noch positiv. Ich kann das nicht. Ich kann nicht sagen, dass es negativ ist. Das geht nicht. Ist es nicht. Es ist noch positiv. Da muss er mehr unten zeigen halt. Dann wird er auch gestortet, bis er blutet halt. Aber das ist noch keine eklatante Schwäche. Das ist seitwärts auf hohem Niveau und das sogar auf sehr stabile und ruhige Art. Also sollte man nicht zu hart verurteilen. Auch wenn man es gefühlt lieber schneller vielleicht hätte oder weiter und so fort. Aber von daher hier Tendenz eher sogar aufwärts jetzt zum Mittwoch. Vielleicht mit einem kleinen Versuch mal an der 14.000, an der 13.89. Das wäre ganz stimmig, wenn er das nochmal probiert. Sich vielleicht von dort einen neuen Schein abholt, um oben nochmal die 14.100 zu probieren. Und dann spielen wir das Spiel so lange, bis es irgendwann mal aufgeht. So lange, bis es irgendwann mal 14.100 einen Aufwärtsgap nicht nach unten wegverkauft, sondern durchzieht. Und dann haben wir ja oben entsprechende Anlaufstationen. Die sind auch alle gleich geblieben. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir auch hier heute einfach wieder kurze Variante. Machen das wieder zu. Denkt bitte dran, wer die Seminar teilnehmen möchte. Wir schicken jetzt auch nochmal die Erinnerungs-Mails dann langsam raus an diejenigen, die auch gesagt haben, dass sie teilnehmen wollen, aber die Rechnung noch nicht bezahlt haben. Weil wir müssen jetzt ein bisschen gucken dann halt. Die Plätze sind eigentlich so weitestgehend dann fast alle weg. Also da werden jetzt noch ein paar nachrutschen. Also auch wenn sich jetzt noch welche melden und das zügig durchgeht, rutschen bestimmt noch ein paar nach. Einfach, das ist immer so. Das ist schon seit Jahren immer wieder so. In der letzten Woche ist nochmal Bewegung drin oder zwei Wochen vorher. Aber das müssen wir so langsam zumachen und closen. Deswegen werden wir da auch nochmal die Erinnerungs-Mails rumschicken. Das heißt, wer auch vielleicht sich gemeldet hat, von uns keine Antwort bekommen hat. Ihr habt definitiv eine Antwort von uns bekommen. Guckt bitte in den Spam-Ordner, guckt in den Unbekannt-Ordner, guckt in keine Ahnung, was es da alles geben kann. Junk-Mail und wie das Zeug nicht alles heißt. Garantiert von uns eine Antwort drin. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach. Und ja, wenn ihr bloß keine Zeit habt, fragt vielleicht auch einfach mal nochmal an, wegen Aufzeichnung und so weiter. Es gibt ja da auch noch Möglichkeiten. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Meldet euch. E-Mail-Adresse habt ihr hier. Kommt gleich hinten im Einspieler nochmal. Seminar at money-monkeys.de, dass wir das vielleicht vor dem Wochenende dann zu haben. Und ja, genau. Dann ist das nämlich auch vom Tisch. Also, ich wünsche euch was. Viel Erfolg. Gutes Gelingen zum Mittwoch. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.